Über Steinschwert. Oldschool. Man geht ja jetzt wieder zurück zu den alten Sachen. Okay, ich mach mal auf, zwischenzeitlich. Ich renne gleich aus, ja. Hey, ciao, Mutis. Rennen die sie jetzt schon noch? Wie mal? Wir gehen mal aus, die schauen mal das auch. Was, was denn, die rennen auch welche noch? Ja. Was ist da noch? Mensch. Das sind meine Kotzen. Hör auf, du möchtest. Nein, die rennen wir nicht noch. Nein, die rennen wir nicht noch. Okay. Bist du zu Ehren gegangen? Oha. Sie kommen schon kurz her zum Teil. Okay, ich glaub das war's, oder? Die rennen da jetzt noch. Rent überhaupt nix noch. Ah doch. Ah, boah, doch. Schauen wir uns noch rennen. Da oben die rennen dann nicht noch. Was ist denn da? Was ist denn da? Was versammeln sich die alle da? Ja. Ja. Das sind alle versammeln. Ah ne. Ich hätt eine auch, okay? Ich mag es aber sehen wenigstens. Wo bist du denn? Die rennen gar nicht. Warum rennen die da? Die wollen alle da hingehen. Was ist denn los? Geh! Nein, das kann man nicht anziehen. Der Rot sieht aus, brennt sich. Oh, sie brennt! Die Katze brennt! Oh no! Was wollen die da? Warum wollen nicht alle hingehen? Nur ein paar rennen wir nach. Ein paar sind noch hängen geblieben, irgendwie. Hängen geblieben. Schau dir so an, was ist denn da? Er kommt nicht in meiner Aussie aus der Tiere. Die anderen rennen nur nach. Und die schieben alles auf die Seite. Das ist so gestört. Ja, zack! Grüppin! Ich bin enttäuschend für die Katze. Das war's gemeint. Haha! Da sitzt er so am Fenster. Haha! Ist das jetzt ein Lochgeräum da, Al? Warum? Ja... Trischst du dich auch? Ja, die scheiß Kotzen. Schau dir das an. Alle auf einem Flickband an. Wie waren's verrückt, sind die? Wer hat trisch meine Kotzen? Ja, schau dir das an. Die sind nicht besser hin. Haha! So, wenn du zählst mal durch. Haha! Du bringst das um! Ja! Hey! Die rennen über den Stiergaffel. Haha! Wann stand's denn da? Die rennen in dein Zimmer hinein. Da sind 5 in deinem Zimmer drinnen. Haha! Was ist denn da jetzt? Was passiert da? Was ist denn da? Das ist irgendwas mit dem Büdel. Kann das sein? Tu mir das Büdel weg! Das Büdel weg! Das Büdel... Die liegt auf dem Bett! Ja, ja, voll! Die haben Schlaf gebraucht. Die haben alle Schlafen nach Schlaf gesucht. Das kannst du recht sein, oder? Dass die einfach alle schlafen wollten. Und das war das nächste Bett. Da war mir so ein A2. Da liegt auch nicht in Erinnerung. Haha! Haha! Da sind auch überall die Katzen in dein Zimmer drinnen gewesen. Haha! Ja, nicht! Arti! Was denn? Hör auf, dass du es umbringst! Wieso? Wie kannst du wissen, was ich da an die Anbrachung habe? Weil da steht, Cat was slain by Arti! Wichtig! Haha! Scheiße, das steht da! Haha! Was ist jetzt? Das Bett ist weg! Ja, jetzt sind sie weg! Jetzt rennen sie weg! Ja! Wirklich? Ja! Ja! Sie sind immer noch da draußen! Nein, aber sie rennen zumindest offensichtlich irgendwo anders hin! Also im nächsten Bett! Jetzt sind sie beim nächsten Bett! Haha! Was denn, wenn wir alle Betten weg tun? Ja, das stürme noch wieder einer! Das ist so gestört! Wo die A2 von Kotzen rennen einfach zu den Betten! Von LinkedIn! Ich werde sie oben die Betten anbauen! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich hab gar nicht anbracht, oder? Hör auf! Echt? Was ist denn jetzt da? Jetzt rennen sie da rein! Da ist aber keine Betten mehr! Wah! Jetzt wollen sie das Dorf in die Kiste rein! Jetzt bauen sie alle raus, wenn ich rausgehe. Ah ja, jetzt sind sie weg. Da sieht sie aus, oder? Ah, da ist das Beto. Ich habe das Beto hergestellt, ja. Okay, das Beto jetzt auch noch weg. Geht's weg, Katzen! Ich soll dir helfen? Nein, ich hab schon. Was ist, wenn kein Beto ist? Dann reinen sie mal einfach noch, oder? Äh. Boah, die haben spawned, oder? Okay, cool.